Du passt dir einfach immer auf. Ich mache dir einfach das. Guck. Brustoffen. Hier einfach mal schnitzlein. Und dann fällt das weg. Die ganze Deko. Ich fände es ja auch so ein Petrol toll. Petrol finde ich nicht strahlend. Grün. Nimm doch Grady Smith. So und jetzt mal. So eine kleine Ege mit einer Heirat. Frohe Konsument würde ich sagen. Ja, ich meine. Kann man sagen, das ist noch Zeit. Teile haben wir schon gekauft, oder? Also ich würde dich behängen wie ein Weihnachtsbaum. Guck mal, hier diese Dramatik. Obwohl ich glaube zu der Farbe finde ich goldschöner. für heute, wenn wir zu einem neuen Halt haben. Einen schönen Tag. Ich werde mich auf dem Kanal noch mal zum Teil. Und ich will die anderen haben. Und ich will ja jetzt das.